So, wir spielen weiter. Ich will gerade noch einen Speicherpunkt setzen. Genau, das wollte ich. Und jetzt schauen wir uns mal hier unser Grab an. Und runter. Au! Schwupp. Wir haben einen fetten Sarg. Kommt sie da wieder hoch? Oder hat Sache, sie klettert dann da hoch. Ha, das war's mit Hochklettern. Wir schauen uns mal dieses nicht auffällige Schloss an. Ähm, was hatten wir denn? Oh, das war jetzt voll schwer. Deine Majestät? King Ohtar? Ja, wer... Hallo, meine kleinen Molle. Ich hoffe, ihr zwei zusammenkommen, seit ihr die nächsten 1.000 Jahre zusammen spenden. Ja, leider doch. Ja, leider doch. Ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, die Erdmassen... Oh, was? Ja, die Erde drückt nämlich jetzt von außen auf den Sarg. Und... Und... Tja. Äh, fangen wir an, ne? Ja. Ja, es würde noch länger dauern. Haha. You need a lamb? Oder... A magical dragon toad. Holy shit. Ich glaube, der Baum frisst uns gleich. Ja, take that. Oh, was ist das? Was ist das? Get in there. Und schwupp rüehert. Bevor er die ganze Bodensarg, Erde, alles kriecht Wenn wir uns nicht beschleunigen, werden wir uns herausfinden, und die Konsequenzen werden werden. Hier, behalte diesen Objekt, nur so. Jetzt, schau ihn an mich. Vier Majestät, was habe ich gemacht? Keine Angst, Prinzessin. Ich habe mich in diese Form gewechselt, damit ich sicher bin, durch diese dunkle Land zu gehen. Wir müssen auch dich vor... Was ist denn das? Let's collect Little Otter. And we have suddenly something here. I think we will take this. Wir schauen uns mal hier. Troll King. Hübsch ist er. So, jetzt laufen wir mal ganz... ...frech da vorbei. Und besuchen unseren Freund. Den lieben Doktor. Um uns Hilfe zu holen. Yeees? Oh, meine liebe Lady Deppish, Tisk Tisk Tisk. well i'll replace them one more time but that's it i only have so many spare eyeballs you know dr cadaver it's me rosella mun is the two best course Die Frage ist wie? Ich denke, dass du dich selbst und deine Tape-Worm betrachtest? Sie nicht! Sie bezeichnet mir zu, Herrn Ohtar Fedrus III! Ich verstehe. Jetzt musst du durch die Hauptgänge gehen, aber Melitia legte diesen wunderschönen Wunderschönen auf die Gäste. Mal schauen, vielleicht findest du etwas hier. Was? Huh? Das ist ein Schuss, was du anstattst. Das ist total nicht toxisch für Tiere. Das ist das Schönste. Es ist ein Wunder, dass ich es gefunden habe. Diese Schellen brauchen wirklich zu organisieren. Tch 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 tch. Haha, dann gehen wir mal. Und versuchen unser Glück. Wobei wir müssen ins Ziel herum, ja. Und wir ärgern die Kinder. Yay! Meine armen Ohren. Ja. Schön. No, we can go here. With the help of magical... ...stuff. In your face bitch. Well done, Princess. ...stuff. Schön. Schön. Ah lucky... ...prenz! Baby, you sure look sweet, little Ban-Ban. Hello, dear. Uh, hello. My name is Rosella. Who are you? Why, we're a lovely, charming, totally harmless plant muffin. Harmless! Totally, hmm. I see. You know, I've never seen a plant with teeth before. Those aren't teeth, Candy King. They're little pointed flower buds. Why don't you come here and take a look? I don't know. Can you, um, gentle plants tell me how to get out of this swamp? Why would you want to do that, angel food? On one side of the swamp is Ooga Booga. And everyone knows those folks are no fun. On the other side is the wood of the weir folk. They'd eat a tender little thing like you in a second. Oh. And they wouldn't leave a crumb for us. Yeah. Fabs. Would you know any way to get through the wood of the weir folk, noble plants? Not unless you're packing silver in your corset puddin'. Noble plant. I like that. Be quiet, you monocots. Of course there's a way. Little sweet meat. Just come on over here and I'll whisper it in your ear. I'm not sure about that. What did you mean when you said I couldn't get through the weir woods unless I had silver? Weir folk hate silver, honey. Ugh. Interessant. Hate it? It scales the spores out of a... And so it does, cream bun. I just happen to have a big old chunk of silver tucked away in my pod. Come here now. Let you have it. I'm not quite sure. Come on over here, figgy puddin'. I won't buy you. I'm not sure about that. Not us. No way. But they're so 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 cute. I think I can trust them not. Take that, plant. Oh, pretty flower. Ah, okay. Roll. What do we have here? Okay. Can we use it? No. Stop. We must talk, princess. Before us is the home of Milisha. We must be cautious, or we will never reach the volcanic's underground. King O-Tar, what are we to do? We can't enter the underground at all now that the elevators collapse. How can we stop the volcano? I have heard of a secret entrance in the town of Baldurall. Although I know not exactly where. But now you must gather up your courage. For we have to find a way into Milisha's house. She stole from me a device that could possibly destroy her and save us all. We must recover it. I see. I see. We could just knock. Peek-a-boo. I see you, princess. I'm not a princess. I see you, princess. I see you, princess. I see you, princess. Oh, that was brilliant, Rosella. Next time we hide from the nasty fairy. Yes, let's hide. Behind you. What do we have here? A hole. Will you look at that? I think we found our way in. I think too. I see. Excellent, Rosella. Ah. Schön.